Der Coburg-Marathon ist ein Gruppenlauf, bei dem es nicht um die Laufzeit, sondern mehr um den Laufspaß geht. Die waren im Stadion abgefahren. Ja, ich filme. Moin. Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Servus. Da ich heute als offizieller Schlussläufer laufe, lasse ich mich bald zurückfallen. Nach etwa 12 Laufkilometern geht es am steigsten bergauf. Hier sieht man die leckeren Sachen, die es bei dem Laufkipf. Ganz große Spezialität, die Rügel. Hier Bananen, Äpfel, die Helfer. Das muss man schon machen. Man muss ja einen Schlussläufer haben, damit man weiß, dass alles da ist. Der längste Anstieg folgt Ende. Ich bin etwa nach 30 Kilometern bei der Coburger Feste. Heute laufe ich einmal zur Abwechslung direkt an der Feste vorbei. Mal schauen, wie das hier ist. Mal schauen, wie das hier ist. Hier kommen uns schnellere Läufer schon entgegen. Hier kommen uns schnellere Läufer schon entgegen. Ja, danke. Bis dann. Gut sei da drauf. Hallo. Hallo. Ein schlimmer Stück. Kurz vor dem Ziel. Hurra, wir sind da.